also einen wunderschönen guten tag meine lieben und willkommen zu einem neuen gaming video auf meinem kanal gestern kam ja schon ein spiel wo man seine eigene freiwehrzentrale bauen muss die können das kommt auch morgen aber heute kommt raft auf dem tablet spiel alles über tablet und ja also bei warft ist es sinnlich wie man hat seinen eigenen steg und man muss es halt als größer bauen essen holen und man kann ja in der lobby schon mal dings sachen erkunden dafür muss man aber münchen ausgeben aber wir tun es jetzt einfach mal und reisen hier hin was ok jetzt müssen wir theoretisch 10 Minuten warten tun wir aber nicht denn wir gucken uns jetzt ein großes video an noch so sachen bauen noch eins noch eins da so ein scheißpiel aber jetzt gehen wir endlich mal auf unsere insel so unsere aufgabe ist ein metallhammer zu bauen und ein bitte das ist mein steg ich habe vorhin jetzt angefangen etwas zu spielen ein metallhammer und damit habe ich natürlich erkunden schon mal wie das hier geht also das heißt wir müssen jetzt hier auf den ofen dann das hier bauen das ist metall das müssen wir dann jetzt glaube ich will also um ein metallbacher nach mein gott leute immer diese werbeanzeige die ich mag die nicht so 2 und wir tun metallbacher hier zu bauen brauchen wir erz das heißt wir machen jetzt erz ach so jetzt erz das ist doof die kiste raus und stellen die kiste da in die ecke so ach nein oh ne der hei der hei leute bei dem schuh gibt es auch ein hei wie ihr seht oh gott und ich komme gerade nicht hoch gott leute jetzt wisst ihr warum gott mich hat ein herz in die hose gefallen oder so aber hier können wir das jetzt hier einfach rein fügen trinken mal etwas wasser wieder auf 100 weil wenn wir nichts trinken dann dann füllen wir mal jetzt die flaschen das dauert 5 minuten kann er dauern ist ja nicht so schlimm das ist auch nicht unsere aufgabe wir füllen aber heute die kiste ich würde das hier offline alles freischalten wir wollten ja nicht sehen wie ich jetzt hier so billige videos gucke hier das hier brauchen wir kann ich hier rein so wir gucken mal wie weit das hier in der zwischenzeit ist noch 13 sekunden in der zwischenzeit gehen wir mal etwas angeln wie gesagt ich schon sachen drin und ich angeln muss und ich habe jetzt ein holzbrett geangelt das ist halt das spiel das hier ist eine fackel hier wenn es dunkel ist noch was zu sehen eine minute siebzehn noch und 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 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 und mit kohle kohle und entbarren geht so eine minute in der tüchsten zeit so und fertig sind die nägel und dann gehen wir auf schaffung und bauen uns jetzt diese werkbank hier kann ich mir behandelte bretter bauen ein säge daraus kann ich mir jetzt eine richtige schiff zusammenboden aber wir haben ja im moment als die nächste aufgabe ich sicher dein floh noch mal oder zweimal da komm ich noch an meine werkbank und so mein tablet lieber in die hand ja da komm ich noch dran ok dann machst du den Zaun mal hängen oder auch so ein scheißspiel den Zaun hier und da so quest beendet eine webmaschine ich muss auf jeden fall mal mein steg bald größer bauen aber jetzt mal eine webmaschine bauen da verbesserten hook erstellen in dem ofen geht das nicht ich muss es hier nein mal und wir bisher zum haken so müssen wir Stroh und die sachen herstellen noch eine strohose nur noch eine strohose keine platz mehr den fisch können wir essen jetzt noch die hose zack das ist jetzt damit ein maschine hier ist ja gar kein platz mehr jemand sagen was ist mit diesem mal und die sachen soll die sachen soll ja ha und kopf so ich baue an diesen maschinen so leute aber ich würde sagen das hier mache ich offline und das war's dann mit dem video wenn es euch gefallen gibt einen daumen nach oben vergisst mich nicht zu abonnieren und die glockte aktivieren dass ihr keine videos mehr verpasst und dann bis zum nächsten video wieder